So, und hier kann ich jetzt einfach durchlaufen. Hä, weil hier die blauen Teilchen noch sind. Ah, sehr schön. Kann ich jetzt hier dicht machen? Verdammt, das sind die blauen Teilchen. Das sind wie diese komischen Teilchen. Mist. Okay, auf jeden Fall mal ein neues Bild. Many small obstacles can make for one large problem. Viele kleine... Gott, Obstacle kann ich jetzt gerade irgendwie nicht übersetzen. Ich übersetze es mal mit Teilchen. Kann ein... Kann ein großes Problem bereiten? Nee, auch nicht wirklich. Was will ich, wenn ich das mache? Ach, dann wird es wieder runtergefallen. Jetzt weiß ich, warum diese Absperrung ist, weil ich kann den hier machen, alle hier absetzen und dann auf der anderen Seite wieder einsammeln. Bloß durch dieses komische Konstrukt geht das nicht. Ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, was da ist. Ich setze die mal... Ich setze die mal hier ab. So. Ich setze mal hier ab und schaue mal kurz darüber. Ich möchte wissen, was da ist. Da haben wir auf jeden Fall ein Teilchen. Das nehmen wir mal mit. Wir setzen das hier ein. Und wir kriegen ein neues Bild. Nein, don't look down. Scheiße. Wenn man aus der Sicht verliert, was wichtig ist, äh, aus dem Blick verliert, was wichtig ist, ist es vielleicht nicht mehr da, wenn man es braucht. Das ist wichtig, glaube ich, ich komme jetzt gerade nicht hin. Und vermute ich, wenn ich da jetzt hoch schaue, ich stehe dran, don't look down. Ja. Ja. Machen wir das mal nicht. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann habe ich die Befürchtung, dass ich wieder hier lande. Scheiße. Und wenn ich jetzt da reinspringe, dann... Ich bin nicht gefangen. Ich bin sowieso gefangen, weil... Wenn ich jetzt hier lang gehe, falle ich ja hier runter. Und lande ja... Wo lande ich nochmal? Jetzt muss ich nochmal schauen. Jaja, schon recht. Und lande ja hier wieder bei dem Aufzug, der mich hier hochbringt, zu diesem Raum, wo ich draufstehen kann. Don't look down. Gehe wieder runter. Und lande wieder. Hier. Und bin gefangen. Scheiße. Ich bin gefangen. Nein. Ich bin schon wieder gefangen. Oh Mann, okay, Escape. Wieviele haben wir denn jetzt eigentlich? Sind aber immer noch nicht alle. Boah. Down the rabbit hole. Stop and go. Hidden secret. Was ist denn stop and go? Aha. Was war das hier? Wir gehen mal kurz nach oben. Genau, das war das hier. Komm hier aber auch nicht so wirklich durch. Was wird eigentlich jetzt springen? Ah, dann löst ich das auf und ich kann wieder da doch. Wo war das nochmal? Was war das nochmal? Hä? Das kann ich noch gar nicht. Ich brauche ja ein Teilchen. Ach, ich brauche wahrscheinlich dann so ein lila Teilchen, weil ich kann mich ja so durchbewegen lassen. Ich brauche ein lila Teilchen. Wo kriege ich ein lila Teilchen her? Also noch eins vor allem. Kann ich? Kann ich da irgendwie rein? Ist jetzt... Äh. Hepp. Und hepp. Und hepp. Hä? War da nicht gerade eine Öffnung? Doch. Hepp. Und... Lauf, 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 lauf. Das sind lila Teilchen. Ich sehe es doch. Nein, das ist ein blaues Teilchen. Höh. Vielleicht war das doch nicht so schlau. Okay, auf jeden Fall. Meteorit. Ähm. Der Turin Walkman, das ist ein Schmetterding. Meteorit fiel auf die Stadt. Ist klar. Was steht denn hier? If you aren't paying attention, you will miss everything around. Und... Das war gerade ein sehr passendes... Äh, ja. Zitat zu dem Bild gerade eben. Wenn man nicht aufpasst, vermisst man... Äh, vermisst man... Äh, ja. Na? Vergisst man alles um sich herum sozusagen auch. Ja, das passt eigentlich ziemlich gut. Was war die Frage? Höh. Muss... Bewegen. Ich schieße mal zurück. Okay, kann ich das noch weiter zurückschieben? Ne. Ah, warte. Ich kann das jetzt... Nehmen. Dann werde ich nach oben gebracht. Ah, ein Bild. To get past a problem, you may just need to keep pushing through it. Was, um ein Problem loszuwerden, muss man es nur... Muss... Heißt das, beiseite schieben oder durchschieben? Kann es jetzt gar nicht so richtig deuten? Komme ich da irgendwie... Kann ich da irgendwie hoch? Was ich mal ausprobieren wollte, ist... Na? Scheiße. Das schauen wir nicht. Wenn ich jetzt... Hochspringen, nehmen und setze... Hochspringen, nehmen und setze... Hochspringen, nehmen und setzen... Ne. Hochspringen, nehmen und setzen. Hochspringen, nehmen und setzen. Huch. So. Dann schaffe ich es doch. Scheiße. So. Dann schaffe ich es doch hier hoch. So, das Minecraft-Prinzip. Einfach hochspringen und Block drunter setzen. So, wenn ich das jetzt hier reinsetze... Dann öffnet sich dieses Tor. Dieses Tor ist zur Hälfte gefüllt. Gott. Ich baue doch einen zweiten Block. Aber auf jeden Fall muss ich das hier lesen. Ein Schmetterling. What we've done before may impact what we can do next. What we've done before may impact what we do next. Also, was ich... Was wir zuerst machen, kann es sozusagen... Also, beeinflusst das, was wir als nächstes tun. So, übersetze ich das jetzt mal. Verdammt. Ich brauche diesen... Ich brauche diesen Block. Verdammt, es geht ja auch gleich alles direkt zu. Das Problem ist jetzt... Martin. Das da hinsetzen, das mitnehmen. Scheiße, welches ist das jetzt? Hö? Moment. Welches schließt das jetzt? So, jetzt hat er das da. Okay, dann setzen wir mal das da hin. Ah, scheiße. Nein, es ist zu früh. Halt, warte. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Das hier hersetzen. Das jetzt... Das... Also, das jetzt mitnehmen. Jetzt kann ich das hier mitnehmen. Hä? Bin ganz verwirrt. Wenn ich das jetzt einsetze, mache ich jetzt das hier auf. Ach, scheiße. Das hätte ich drin lassen müssen. Verdammter Mist. Ah, verdammt. Ja, das passt gerade ziemlich. What we've done before, we impact what we can do next. Ja. Das habe ich gerade voll damit beeinflusst. Hier die beiden Dinge kann ich hier so schön rum, aber... Ich kann mal das innere Ding da nicht mehr ran. Verdammter Mist. Scheiße. Ja, da muss ich... Damit muss ich jetzt gerade leben. Dann gehen wir halt hier wieder runter. Und diese lustige Treppe hier rauf. Das ging jetzt aber schnell. Hap. Oh, da ist ein Bild. So, doch, da komme ich wieder hoch. Zirkus Tomter. Get wing where we want, my required jamming through some hoops. Um denn zu kommen, wo wir gerne möchten, erfordert es manchmal durchreifend zu hüpfen. So, aber... Wie sind wir? Tricky. Hap. Hap. Komm schon, das schaffe ich. So. Mitnehmen. Und mitnehmen, mitnehmen. So, jetzt kann ich nochmal wieder hoch. Hä? Ne, doch. Ach stimmt, ich kam hier hoch und dann geht's hier runter und dann kann ich hier nochmal hochschauen. Hap. Na. Hap. Wollt. Kann ich... Ne, das ist kein bewegliches Teil. So. Und nochmal hoch. Hap. Und nochmal hoch. Hap. Dich mitnehmen, dich mitnehmen. Achso, ich kann eigentlich hier hoch und dann... Ne. So, jetzt den mitnehmen. Den Text kenne ich schon. If you aren't paying attention. Hier war ich schon mal. Und hier, das mit dem Hub. Throwing yourself into things can take you to new heights. Wenn man sich... Was? Wenn man sich selber in Dinge wirft? Kann uns zu neuen Höhen verhelfen. Das Problem ist jetzt... Ach, ich muss das jetzt schon wieder schieben. Schiebung, Schiebung. So. Oh, das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Ich mach mal wieder den... Das Stapelprinzip von vorher. Hä? Ich hänge irgendwo. Kann ich dir schon anklicken? Ja. Some challenges are far harder than they first appear. Manche Herausforderungen sind schwerer, als sie zuerst erscheinen. So, scheiße. Wie komm ich jetzt? So, ich kann ja... Nein! Das dauert zwar jetzt etwas länger, aber... Scheiße. Das dauert... Das geht ja gar nicht. Hm. Okay, ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkommen soll. Schmeckt gerade ein bisschen Rätsel. Ah, nee. Ich meine, ich weiß genau, wie ich hier hochkomme. Komm mal her. So. Jetzt geht's nämlich. So. So. Achso, Moment. Den unten nehmen. Nein. Ach, verdammt. So. So. Tauschen. Häp. Und nehmen. Häp. Ach, verdammt. Ich kann natürlich... Moment, machen wir das so. Guck mal ins Nähe. Vielleicht geht's dann einfacher. Na toll. Häp. Nehmen. Ach, ich bin noch nicht ganz oben, glaube ich. Nee, ich hab' ich noch nicht. Häp. Häp. Jetzt bin ich ganz oben. Dich nehmen. Dich nehmen. Und... Komm, ich nehme dich auch noch. Und ist ja auch zu. Oh. 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 Scheiße. Nee, jetzt. Und das krieg ich da nicht rein. Da brauche ich blau... Scheiße, dann brauche ich Liderteile. Puh. Oh. So, und jetzt habe ich mich natürlich geschickt eingesperrt. So, wie ich das immer gern mache. Nein. Nein. Ah. Okay. Escape. Aber ich habe dann deutlich mehr freigeschalten als vorher. Äh, das wird langsam. Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Ich frage mich, was dann passiert, wenn die Viertelstunde um ist. Ob ich dann wirklich komplett von vorne anfangen muss? Ich bin jetzt... Nee, nicht der Link to the... A Link to the Past. Ich meine, wenn ich das kriege, dann bin ich tatsächlich hier mit keinem Blöcken mehr. Ähm, achso. Ja, klar. So, ich nehme mir mal das vor. Bis zum Anschlag. Kann ich mich hierher bringen und dann... Moment. Hierher und dann rüberhüpfen. So. Bin ich nämlich direkt hier, wie es ausschaut. Wachen wir den hier. In diesem Moment mal es richtig. Glaube ich. Den hier dann am Ende lassen. So. Jetzt nehmen wir den kurz mit. Packen den... Da rein. Wie weit ist denn das jetzt offen? So. Den lassen wir drin. Den lassen wir auch drin. Den können wir mitnehmen. Den lassen wir drin. Den packen wir da hin. Dann können wir den mitnehmen. Dann können wir den mitnehmen. Dann müssen wir da hin. Können wir den mitnehmen. Packen den da hin. Nehmen den auch gleich mit. Komm, wir sperren uns wieder ein. Das können wir doch so toll. Den da hin. Den mitnehmen. Den da hin. Den mitnehmen. Den mitnehmen. Dann kann ich da hin. Und da hin. Und da hin. Nehmen wir einfach mal alle mit. Pack mal kurz den erst da rein. Den da mit. Neandrigan. Nein, ich drücke jetzt nicht Escape. If you're only focusing on right now, you won't have enough for later. Wenn man sich nur auf das jetzt konzentriert, hat man später eventuell nicht genug. Jetzt würde ich sagen, wann. So, eins, zwei, drei, vier. Komm ich hier durch. Neues Bild. Moving forwards may requires making the most of what you've got. Bevorwärts zu kommen, bevorwärts oftmals, ähm, must require making the most of what you've got. Bevorwärts, ne. Ja, verlangt meistens das, was du hast. Also das meiste, was du hast. Will ich haben. Ich weiß ja nicht, was es jetzt bringt, aber will ich haben. Was zur Hölle? Aha, und jetzt? Habe ich grüne lustige Blöcke. Und die bringen mir was? Was bringen mir die grün lustigen Blöcke? Ich habe hier lauter grüne lustige Blöcke, aber was bringen mir die? Was, was, kann ich die hier so einsetzen? Nö. Scheiße. Scheiße. Die war jetzt doch nicht so schlau, die gerade alle hier rauszupupupeln. Kann ich die hier so... Puh, was bringt mir jetzt das grüne Ding? Nö, 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 ich kann. Ach, das reicht nicht. Ach so. Ich kann sozusagen... Ah, warte. Ich will was versuchen, ob das klappt. Wenn ich jetzt hier einfach weiter... Es geht nicht. Ich muss wahrscheinlich durchgehend das Ding haben, damit es funktioniert. Was ich aber gerade nicht habe, weil ich zu wenig habe. Ach, jetzt die Erklärung dazu. Okay. Das kann ich jetzt machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt da durchgehe, dann verschwindet das Zeug wieder. Aber ich habe nicht genug grünes Zeug, um das jetzt zu machen. Ach, Scheiße. Ich hätte zuerst oben abdichten müssen. Weil hier verschwindet jetzt alles. Ach, verdammt, ich hätte einfach... Ja, ich bin so ein Trottel. Oh, ein Bildhauer. Some tasks require a lot of care and observation. Ja, mache Aufgaben, brauchen eine große Sorgfalt und Beobachtungsgabe. Kann ich jetzt aufmachen? Kann ich jetzt aufmachen? Bin ich wieder da und kann lustige Items sammeln? Und jetzt bin ich wieder hier. Kann ich das eigentlich? Scheiße. Nee, reicht nicht. Ach ja, klar, ich habe ja noch nicht genug. Ich habe noch nicht genug. So, jetzt machen wir es aber richtig. Den da hin, den da hin. Dann hier in den Block setzen. Mitnehmen. Mitnehmen. Dann... Nun, 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 nun. Zack. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ach, schade, geht nicht. Ich kann das auch nicht da durchnehmen. Aber ich bin jetzt schon wieder eh hier. Jetzt kann ich mich... Ach so. Hä? Wieso klappt das jetzt nicht? So. Ja, toll, jetzt bin ich wieder hier. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich wieder das mitnehmen. Ich habe irgendwie so ein kleines Siegeviel, habe ich so das Gefühl. Ähm. Ich kann nicht. So, wie weit komme ich da mit dem Teil? Nicht weit genug, wie ich so schaue. Mist, jetzt habe ich hier wieder einen. Und da rein komme ich gerade auch nicht. Was wäre der Mega-Jackpot? Die kann ich nicht einsammeln, oder? Kann ich vielleicht irgendwas anderes einsammeln? Nee, irgendwie nicht. Hm. Ich komme eigentlich nur hier raus. Ist jetzt blöd. Und da verliere ich wieder alle Teile und lande wieder in dem Raum da drüben. Was eigentlich sehr interessant ist. Ich komme ja eigentlich hier raus. Wenn ich gehe hier den Gang lang, so reatonisch mal gesehen, und komme am Ende eigentlich wieder, wenn ich hier so lang gehe, links wieder raus, was eigentlich da hinten ist, und dann lauft mir die gleiche Masche. Eigentlich kann ich hier wirklich gerade bloß Escape drücken, weil ich habe nicht genügend grüne Blöcke. Kann ich hier irgendwas rausziehen? Nee. Dann bleibt mir eigentlich nur noch Escape übrig. Und ich fürchte, ich habe nicht mehr viel Zeit. Puh. Learning to draw. Zeichnen lernen. Sehr passend. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt... Warum kurz nicht selbst? Ich gehe mal irgendwo da hin. Aber ich habe die grüne Kanone dabei. Okay, das wollte ich eigentlich wissen. Ob ich die grüne jetzt behalte und ob ich auch blaue Teile sammeln kann. Ich kann blaue Teile sammeln, die werden aber grün. Ah, die Kanone bestimmen, was für Teile ich eigentlich kriege. Kann ich die Kanone irgendwie wechseln? Mit dem Mausrad? Nee, ich kann bloß... Gibt's hier, gibt's hier keine Dinge, oder? Move to walk. Das ist morgen. Das ist morgen. Anti-Chamber. Wer ist der? Ist klar. Jump. Ist klar. Interact. Look around. Nee, kann ich nicht wechseln. Okay, ich habe jetzt sowieso gerade keine da. Butterfly Effect? Der kann eigentlich nur das gleiche, bloß ein bisschen mehr eigentlich. Der Block, beziehungsweise das Portal-Teil. Jo, ist noch nicht die große Preisfrage. Wohin eigentlich? Not enough pieces. Learning to draw. Das war jetzt das letzte, oder? Wo wir gerade mal waren. Genau, da haben wir das Ding hergekriegt. Und hier komme ich eigentlich so nicht durch, aber ich... Achso, das löst sich da so komplett auf. Sprich, wenn ich jetzt das mache? Ach nee, sind bloß Einzelblöcke. So, jetzt habe ich hier alles eingesammelt. Hier auch. Ja, dann bin ich wieder hier. So, aber ich glaube, da ich jetzt auch ein bisschen erledigt bin. Na ja, das ist ja noch fünf Minuten. Würde ich sagen, beende ich jetzt mal die Aufnahme und... Jo, ich verziehe mich dann hier aus dem Spiel. Wie ist der jetzt dann beim nächsten Mal? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal durchziehe. Oder ich weiß nicht, was die letzten paar Minuten heißt. Dann muss ich nachschauen. Sonst wird es eine neue Session. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Das ist ja süß mit den Bildern, mit dem verliebten Pärchen. Er mag sie. Also er wird von irgendjemandem dahin gedrückt, wie es ausschaut. Und er sagt das hier wahrscheinlich. Das passt ihr nicht. Gibt ihr einen Drink aus. Er gibt ihm einen Drink aus. Er ist drauf... Ich glaube, er bedrängt sich darauf. Und beim nächsten Mal schenkt er aber Blumen. Und dann klappt es. Natürlich. Mach ich auch immer so. Gut. Dann, äh... Ja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.